Gucke ich in die Linse oder so? Gucke ich in die Linse? Ich gucke ja auch. Ich bin, äh, oh, nochmal. Schau, lügen nicht. Ich bin stolz auf mein Team, weil wir einen wirklich guten Spirit haben. Wenn du Spaß am Steuern hast und Perspektiven suchst, dann freuen wir uns, wenn du dich meldest. Ich bin Lisa Lorenzen, ich arbeite in der Steuerkanzlei Krabbe als Steuerfachangestelltin und Betriebswirtin und bin überwiegend für Jahresabschlüsse, Steuererklärung und Finanzbuchhaltung zuständig. Für mich persönlich ist es eben sehr wichtig, dass man ein schönes Miteinander hat, dass man sich aufeinander verlassen kann und das ist definitiv gegeben. Ich verstehe mich mit meinen Kollegen wunderbar, deswegen arbeite ich da sehr gerne. Wer bei mir arbeiten möchte, würde optimalerweise über folgendes Mindset verfügen. Loyal, teamfähig, offen, humorvoll, dann haben wir es schon. Zu mir passen die Steuerfachangestellten, Steuerfachwirt, Steuerfachwirtin, Bilanzbuchhalter, Bilanzbuchhalterin und Steuerberater, Steuerberaterinnen, die passt auch super. Wir bieten die klassische Ausbildung zum Steuerfachangestellten an und das sogenannte Triale-Modell der Steuerberaterkammer in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Westküste, Bachelor of Art und die Ausbildung zum Steuerfachangestellten vereint. Das Neue ist das Angebot der Dualen Hochschule Schleswig-Holstein. Ich habe 2015 angefangen, habe das Triale-Modell Betriebswirtschaft studiert und dadurch hat man eben die Möglichkeit, innerhalb von vier Jahren zwei europaweit anerkannte Abschlüsse zu erzielen. Die Ausbildung zur Steuerfachangestellten und dann der Bachelor of Arts in Betriebswirtschaft. Dann habe ich die Möglichkeit ergriffen, mich auf die Steuerberaterprüfung vorzubereiten, wurde da auch unterstützt von meinem Chef, eben am Ende auch freigestellt für diese drei Monate Vollzeitvorbereitung. Ich habe ein, zwei andere Berufszweige ausprobiert, die aber schlussendlich dazu entschlossen, das duales Studium bei der Steuerkanzlei Kappe zu machen und habe für mich festgestellt, dass das Thema deutlich interessanter, offener und größer ist, als ich mir das vorgestellt hätte. Die Unternehmenskultur ist sehr angenehm. Wir sitzen in kleinen Büros mit zwei, maximal drei Leuten. Das heißt, wenn mal Fragen sind, kann man schnell einmal am Monitor vorbeigucken, sich die Fragen beantworten lassen. Das klingt gut für dich, dann komm gerne vorbei und sprich einmal persönlich mit Herrn Kappe. Also wer dann die Ausbildung, welche Art auch immer, erfolgreich absolviert hat, der darf dann perspektivisch unbefristet bei mir tätig sein und im Zuge meiner Planungen mit Anschluss an die ETL-Gruppe auch gerne bis zum jeweiligen Renteneintritt. Die Vergütung muss natürlich angemessen sein, da sollen sich alle wohlfühlen. Ich bin da total flexibel, Dinge wie Firmenhandy, Tankgutscheine, Fahrkostenzuschuss für ÖPNV, betriebliche Altersvorsorge, Firmenfahrrad, alles Dinge, über die wir sprechen. Ich hoffe, ich habe Interesse geweckt. Meldet euch, Telefon, E-Mail, ich melde mich zurück. Bin ich fertig? Yes! Wunderbar. Ja.